Leute, heute versuche ich die Weekly Challenge Geisteszustand Überlebenskunst zu schaffen Ich habe es schon einmal geschafft, es wird in 3 Tagen gesettet Und ich würde gerne diese 5000 XP haben Also auf jeden Fall muss ich auf Richview Court gehen Ich bin Level 25 der Profi, Digga Also was ich nehme, den EMF-Mieter Wohl, ich könnte auch das nehmen Ich nehme mal lieber den EMF-Mieter mit Weil meine EMF-Mieter wird eh sehr schnell droppen Und ja Weil eigentlich gibt es ja Tarot Cards und Dings Können wir mal probieren Ja, let's go Ah, hier, hallo Kein EMF-Mieter Also noch keins Ich sag mal, es ist hier Das ist der Geist und der hat gerade irgendeinen Lichtschalter betätigt Ja, der Geist ist definitiv hier Was ein bisschen blöd ist Eigentlich habe ich keine Räucherstäbchen So, ich nehme mal eine Sanity-Pille Obwohl ich glaube, dass das absolut nichts bringt So, ich nehme das Oh, ich hätte das droppen sollen Weil der Geist ist schon am Anfang, droppe ich einfach die ganzen Sachen hier rein Ich nehme das Kruzifix Na, Kruzifix nochmal Das Das hier Und ich könnte eigentlich hier das nehmen Und dann auch noch eine Kerze mit reinbringen Damit meine Sanity nicht so schnell droppt Ich nehme das hier mit Das Okay, ich nehme aber auch hier Salz mit Amus, amus, priviert Bist du hier? Bist du da? Hörst du mich? Wo bist du? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen Bist du freundlich? Oh, die Pappen Ich weiß nicht, ob der noch hier ist Ich habe nichts mehr gehört Von dem Wo sind die Tarot Cards? Hier Ich soll doch mal den Schlüssel mitnehmen Bitte Falls der mich hantet Jopp Genau deswegen habe ich das gemacht Der ist glaube ich oben irgendwo Okay, es ist ein Revenant Das hört man an diesem Langsamen Gen Jopp Es ist ein Revenant Und bei einer Weekly Challenge Muss man nicht Überleben Also man kann einfach den richtigen Geist finden Und man hat es trotzdem Das Game ist sehr laut Wenn es jetzt ein Mimic ist Und Okay, es war ein Revenant Gut Das war einer der einfachen Geister Also ich habe in diesem Game sehr viel Knowledge Ich habe sehr viele YouTube Tutorials mir angeschaut Gebt mir ein Zeichen Ich könnte wieder hier das hier probieren Okay Mond Okay Normal Speed Es ist glaube ich ein Raichu Oder ein Handtuch Ein Handtuch Ein Handtuch Ähm Ich weiß nicht mal probieren kann Ich lege etwas mal hier hin Und jetzt hier Wenn er hier unten Ich habe jetzt keine Ahnung wo die Tarot Cards sind Wenn er jetzt hier unten schneller wird Dann ist es ein Raichu Glaube ich Der Handtuch schon oder? Jopp Der Handtuch schon oder? Jopp Der Handtuch immer noch Okay das war ein RIP Äh Ha Ha He Der Handtuch man Es ist sowas von Handtuch Oder ein Handtuch Ne Es war ein Raichu Let's gooo Okay Ich habe jetzt 5000 xp bekommen Und jetzt gehe ich shoppen Ich kaufe mir die Geisterbox Zack Das Geisterbox Das Geisterbuch Ja Das war's Ja Aber das war's jetzt mit dem Video Und ich sag tschüss Das war's dann ganz of an Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020